So, Willkommen zu einem neuen Let's Play, wie ihr hier seht, How to Survive Storm Warning Edition. So, im TS mit FireGhost. Jo moin, was geht, Leute? So, wie ihr seht, zum Starten A drücken, machen wir gleich mal. Wir machen hier, äh, ÖL? Ähm, Online-Spiel. Herausforderung Story-Modus machen wir, würde ich sagen. Ja, können wir machen. Wir machen ein privates Spiel. Ein Spiel erstellen! Verdammt, hab ich auf die Uhr geguckt. Ähm, okay. So, ich bin Abby, nahtvoll. Ein Freund einladen, machen wir mal ganz schnell. Hab ich überhaupt Freunde? FireGhost hab ich Freunde. Niemals, kommst du da drauf. So, zum Spiel einladen, so, FireGhost hat die Einladung bekommen, hoff ich. Ja, hab ich. Ich bin ne Frau, warum bin ich ne Frau? Weil du eine Pussy bist. Halt die, knapp, ich bin keine Pussy. Ich hab sie so angenommen, aber irgendwie passiert hier nichts. Ah doch, Verbindung, ah okay. Ich warte immer noch. Haha, du bist auch Abby. Haha. Ne, du bist Nina. Hey, wie wechselst du? Hahaha. Alter, sag mir, wie du die Spieler wechselst. Hahaha. Schittert ab. Wähle einen Charakter aus. Unterfinde, äh, finde einen Mindest. Hahaha. Mit Rat. Na egal, komm, dann spiel ich halt ne Trulla. Mein Gott. Hahaha. Jack Feuerwehranzug. Ach komm. Da mein Name ja FireGhost heißt. Nämlich mal Jack Feuerwehranzug. Okay, bei mir funktioniert A nicht. Wahrscheinlich muss ich auf dich warten. Ach so. Jetzt geht A. Ich bin bereit. Du bist bereit. Wir sind bereit. Ladebildschirm. Haha. Ähm, ja. Leicht überdreht, aber egal. Ja, dann bin ich mal gespannt, äh, wie das kostenloses Spiel so ist. Ja, ach so, äh, zur Information von allen, oh. Mayday! 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 This is Scamper VO2841. Our position two nautical miles southwest of Los Riscos Island. We require immediate assistance. Our controls are out. Visibility four. Mayday! 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 This is the Coast Guard Station, Brands Point, Scamper VO2841. Coast Guard Station, Brands Point, Channel 16. Your trajectory is five. Keep your course. Over. Coast Guard! Please confirm! Right ahead! Eh. Warte auf Spieler. So, äh, zur Information. Es ist ein, äh, Games with Gold. Ein kostenloses Spiel, so wie Lucifer schon gesagt hat. Und da sind wir. Er ist der komische Feuermann, Werbmann und ich bin des Model. Ich bin des Model. Okay, ich kann laufen. Sehr schön. Er labert schon mit dem ersten, okay. Hey, wer du da, was kann ich noch ein bisschen bewegen? Ich kann mich nicht übernehmen. Also, ihr könnt es ja mitlesen. Wir spielen das zum ersten Mal. Wir haben keinen Plan. Aber egal. Wir spielen es einfach mal. Und er blutet stark, dieser Andrew. Find eine Heilpflanzpflanze und bringe sie zu Andrew. Na gut. Ah, ich hab's schon gefunden. Hey, hast du die Heilpflanzpflanze gefunden? Blablabla, blablabla, wir können die Scheiße lesen. Ja, ich kann mich nicht bewegen. So, nehmen. Hui. Ich kann schon richtig schnell laufen, da drunter dann. Alter, scheiß drauf, ob sie beschissen schmecken, nimm sie einfach, heil dich. Medizin muss schlecht schmecken. Die Leichen sehen ein bisschen verwirrt aus, also das sieht sehr komisch aus. Ja, sie hatten noch Spaß bevor sie gestorben sind. Ja, und vor allem da fällt der Kopf. Ich lauf auf den Kopf. Um den Kopf. Nein, na. Auf den Kopf, guck. Fuß drauf. Okay, mit dem sollen wir noch mal reden? Hey, mein Name ist Andrew. Ich bin nicht sicher, wie ich hier endet. Es ist ein bisschen hazing. Ich bin eine kleine Gruppe von Survivoren. Ich habe einen Holzstock. Ich fühle mich wie in Minecraft, ich habe einen Holzstock. Hahahaha. 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 Also ich würde jetzt sagen, ich fühle mich wie in Forest, da habe ich auch einen Holzstock. Hahahaha. Nee, das glückt mir nicht so pervers. Hör auf. Hahahaha. Ich habe ein Stöckchen in der Hand. Ähm, ja. Egal. Ich glaube, ich muss die Folge ab 18 machen. Hahahaha. 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 Wie machst du das? KOMM HER! Ich versuchte den Arsch. KOMM HER! KOMM HER! Alter, du schießt mir das Schaden ab! Hör auf! Oh, ok... Ich... Ich kann gar nichts tun... Ich bin die Königin der Welt! Guckt mich an! Ich hebe den Stock nach oben. HEIAAAAAAA Du hast du einen Stock und ich nicht Ja, weil ich gut bin und du nicht Ah guck mal, bei dir steht das sogar dass du rechts einen Stock hast und ich hab keinen Stock Nur weil ich Feuerwehrmann bin, nicht so Guck mal, da ist was Ich komm da nicht hin Ich komm da hin Hehehe, fuck Einleitung Grüeitings, if you are reading this, you are probably afraid for your life You will be lost and hungry And if you have not already, you will soon encounter the many zombies who live here Alter, überleg mal, das wär uns passiert Wir machen offenbar ein bisschen eure Zombies um uns um uns herum Hehehe Thanks to my survival guide You will get through this What the fuck, was geht ab My guide is a thorough training program To help you survive the most exter... Ähm, okay Warte auf Spiele? Hä? Bei mir war auf einmal das Bild weg und du steht dran Warte auf Spiele Du machst so einen stehenden Moonwalk machst du Stehenden Moonwalk? Ich bin Mikey Jackson Huuu A FEEGUT Ah ne warte mal, das war ein anderer Hehehe The Plagg Und der Zwei Und der Glamourne Boah, Alter bin ich erschrocken wegen den scheiß Vögeln hier Warte mal, lass uns mal ein bisschen am Standentern gehen Mach kaputt, ich hab kein Stab Kann aber auch nichts ausfällen Ähm Drück mal B Da hab ich auch schon geguckt Und dann A Auf den Holzstock und dann auf Ausrüsten Ich hab kein Holzstock, das ist ja das Hab ich ja auch schon nachgeguckt, ich glaub war ich ja schon Ich hab einfach keinen Oh warte mal, da geht's auch noch weiter, komm mal zurück Komm zurück, komm zurück Komm zurück Komm zurück, komm zurück Da waren wir noch Nein, da waren wir noch nicht So, guck am Anfang, guck da ist die Reiche Ach Mist, hier kommen wir noch Ich bin da oben, können wir noch Ah, warte mal, der will irgendwas, glaub ich Ramon should be waiting for me on the beach By the boat Alles klar, dann pass auf dich auf, jawohl, Kollege Guck da oben, rechts waren wir aber noch nicht Komm ja schon Weiß nicht, komm, er scheint reich Obwohl du bist ja eine Frau jetzt, von daher ist das Wir müssen da irgendwie rein Der macht kaputt Ich hau da schon drauf wie so ein Idiot, warte mal Oh, ja Geht nicht kaputt Ich muss mal anderen Weg finden Ich hab noch einen Stock Ah, da, oh, Zombie, da Mach Zombies kaputt, ha ha, töten Oba, die töten mich auch Wir sind schon mal, sie sind gestorben Gleich schon liegen Böser Junge, bös Oh, da können wir noch mehr, komm Ja, komm, batsche, 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 Popo versäulen Gib mir auch einen Stock Er musste einen suchen, er musste einen finden Vor allem, die kratten nur dich an Das ist voll geil Kann man da durch? Kann man sich kaputt machen? Ne Nein, kann man nicht Schade Ok, die nächste Waffe ist auf 1,1 Was sagst du? Medizinischer Brei Umschlag Was dann? Ich kann hier nichts machen Kannst du was machen? Nein, ich kann nur zurück Da lang Holzstock, hier ist ein Holzstock Komm her, komm her Wo, 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 wo Der liegt hier direkt vor mir Ok Warte, wie benutze ich das? R.T. Ok, ich hab auf jeden Fall Halt Ich hab diesen Holz Ich hab diesen Holz Ähh Kovacs Rules Chapter 1 Close combat Nahkampf Na das wissen wir doch schon Hallo und wo ist doch kein Nahkampf? You still can move while aiming Hold your strike to increase its damages Hahahaha Hm Ok, ich weiß nicht lustig Press the A button when kill appears above a hurt monster to make an Ok, ich bin da schon wieder raus Bei mir kommt die Info irgendwie nie komplett Ich komme, flieg da immer raus Ja, du hast Spiele fachst aber das Spiel auch scheiße russergeladen Erstmal A drücken wenn A angezeigt wird Ja, ist mir egal Was haben wir? Was denken wir da? Ich weiß nicht Hoffentlich hat da keiner rangemacht Nee, da steht die Elektrofimmel Ich hab auch den Elektrofimmel getrunken Hey, du musst A drücken Dann mach dir mehr Ausschläge hintereinander Weiß, aber wir haben gerade aus Elektrofimmel getrunken Was, wir haben aus Elektrofimmel getrunken? Ja, zieh dir das rein Hey, ich hab noch Volk bekommen Echt? Warte mal lass mich nochmal aus Elektrofimmel trinken Das ist ekelhaft Verdammt, ich kann nicht mehr trinken Hab schon alles rausgebrochen Was, vielleicht gibt's hier noch irgendwas hier drin? Hallo, lauf doch nicht weg, ich komm doch sonst hier nicht mehr raus Alter, du schlägst mich die ganze Zeit Guck mal meinen Lebensbalken an Guck mal meinen Lebensbalken an Ah, zu viele, zu viele Ah, hoi hoa Na weg hier Hallo, ich bin nur eine Frau Und ich leg mich hier mit allen an Also, du wei- wasschlappen, ey Warte, was? Aua, das hat schon wieder mich geschlagen Ich bin gleich tot Erstmal LB, aber bringt gar nix Hier sind aber verdammt viele Leute gestorben Waaaaa Ich hätte gern ein Maschinengewehr Ja man Sterbt, sterbt So ein Scha- äh, kaum Leben noch Ich weiß gar nicht, was wir gemacht haben Oh, oh, ich ahne Böses Oh 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 oh! Er rennt halt voll drauf! Ich glaub's ja nicht! Aber ich hab noch nicht mal Schaden bekommen. Boah hast du den gesehen... Hast du den gesehen? Heheheheh Nice, dass du dich heilen kannst Die machen wieder ganz schön Mit Krücke und Eimer führten sie auf den Bein! Attacke! Blöde Frage, hat das Spiel auch irgendwo einen Sinn? Ja, wir müssen noch einen Tipp finden Oh! Du bist gleich tot! Nimm eine Heilpflanze, Alter! Du bist gleich tot! Ich bin ein Level aufgestiegen Du musst B drücken Dann müsste eine Heilpflanze sein Ich hab keine Heilpflanze Ich hab so ein komisches anderes gelöhnt So eine Flasche? Ja Das ist eine leere Flasche Okay, dann halt dich mal ein bisschen zurück Ich bin ein Level aufgestiegen Das heißt, ich hab wieder volle Leben Ich beschütze dich, Kollege Ich beschütze dich, Kollege Oh ja, zack! Da Da ist ein Stock Oh, du hast ja noch einen Ah, guck mal, wir haben ihn gefunden! Ramon! 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 Ich hab kein Schwert Ich hab kein Schwert, ich hab ne Machete Ich hab kein Schwert, ich hab ne Machete Ey, du hast volle Leben wieder! Lass uns mal da hingehen Anlasser brauchen wir, damit wir fahren können Okay Okay Schwertzeug? Hm! Voll! Ich glaub... Heilkraut! Ey, wieso kriegst du das Heilkraut und ich nicht? Ich bin auf jeden Fall voll Ich bin auf jeden Fall voll Was steht da dran? Verwendet die Machete? Ich glaub, wir müssen wieder zurück Ey, jetzt kommen wir auch durch die Bäume durch Mit der Machete Ah, logisch, oder? Alter, renn wir doch nicht in den Weg rein! Machete, scharf! Egal, ich steh auf scharf LOL Autos soweit Kovacs Rules Kovacs Rules Kovacs Rules Kovacs Rules Fertigkeiten You can upgrade your abilities throughout your trip To do this, open your inventory and go to the skills screen There are many abilities that you can acquire Thanks to the experience you build up during your adventure The first one allows you to light up campfires Sykes Okay, ok, was du da? NO! shoe Ich will das nicht sehen Hier ist es einbrighter Tomaten Die дети mit ja ich gehe mal kurz im schnalldurchlauf durch abgeblich mal personal flashlights so warte mal jetzt lass mich mal nach meinen Fertigkeiten gucken äh wo waren die ich hab keinen Fertigkeitenbaum ah doch Ziele Fertigkeiten ok ich hab jetzt die äh Fertigkeitenfeuer zu machen aber mit was und wo weiß ich mich auch ich hab irgendwas genommen und ich weiß nicht was Feuersteinstück yeah ich hab ein Feuersteinstück du Feuersteinstück also jetzt hab ich eine Machete und komm hier nicht durch oder wie jetzt hab ich was jetzt komm ich durch jetzt baut es das ab so Alter war irgendwas mit A Holzstock nee freunde wir brauchen auch unbedingt Autoräupen ähm ich würd mal sagen wir brauchen unbedingt Heilpflanzen also ich hab eine noch einen Werkzeugkasten warte mal warte mal warte mal komm mal zurück komm mal zurück ja genau so ja wir brauchen uns wieder zurück wir sagen können dass hier noch irgendwas ist in der Einfuchtung ich kriese das war nervig dass man jetzt ähm was soll ich mit dem Werkzeugkasten kannst du ja ja damit kannst du vielleicht irgendwas reparieren nachher hier ist das Boot ja toll hier ist nix du kannst nicht mal ein Köffer ins Wasser machen halt hier geht's auf ich hab ne Holzarkt ich brauch auch mal was ne hab ich nicht äh ah lol ok auf 10 ich hab einen Feuerstein gefunden ich hab einen Feuerstein gefunden Ramon kein Ausrufezeichen gehabt so ich hab aber ich würde sagen bevor wir hier wieder mit Ramon reden wir beenden wir die Folge hier sobald er bei mir ist wir stellen uns jetzt doch kurz zu Ramon und dann in der nächsten Folge reden wir mit ihm also schaltet dann wieder ein was Ramon uns äh uns zu sagen hat bis zur nächsten Folge und tschüss jo tschau j j oh j j j j j